ARD Text im Auftrag von Funk Ich dachte mir, hm, was könntest du jetzt nach Deponia zocken? Könntest du eigentlich mal einen Rennsimulator zocken? Ja, und ich habe mir GRID 2 ausgesucht, kam vor kurzem auch raus. Und hierbei möchte ich mich gleich mal bei Planet Key, dem Spielepreisvergleich, im Internet bedanken, die mir dieses Spiel zur Verfügung gestellt haben. Von mir ein ganz dickes Dankeschön! So, normalerweise müsste jetzt gleich das Intro kommen. Ich werde euch mit dem Intro kurz alleine lassen. Und wir sehen uns gleich wieder. ARD Text im Auftrag von Funk GRID 2 So, wir starten natürlich. So, äh, ich habe hier schon mal ein bisschen gezockt. Da wollte ich eigentlich aufnehmen, aber irgendwie lief da mit der Aufnahme nicht was richtig. Wir starten natürlich ein neues Spiel. Okay. Neue Spieldaten erstellen. So, World Series Racing. Wir zocken hier den Singleplayer. Codemaster ist präsentiert. Genau, präsentiert. Eine Racing Studio Produktion. Chicago, Flussufe. So, bevor es hier losgeht, muss ich nochmal ganz kurz in die Optionen, und zwar ins Audio Interface. Und zwar, Menü Musik, äh, wird hier runter geswitcht, äh, Streckenbelag, okay. Sprache, 50 Motoren, Effekte. Ja, das einzigste, die, 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 die Musik, ne, möchte ich hier ein bisschen runterschrauben, denn die brauchen wir nicht so. So, ich zocke natürlich hier auch mit Gamepad. Ist sehr angenehm. So, warte geht's. Ja, das sagst du so leicht, ne? Gerade hier schon wieder, ja, die erste Kurve, ne? Sie machen komplett dicht und steigen hier richtig auf die Bremse. Oh, oh, oh. Ja, dann nehme ich doch gleich mal die Leitplanke mit. Boah. Könntet ihr vielleicht zufahren und geh du weg mit deiner Kiste. Ja, ich bin hier eigentlich in dem Game jemand, äh, der nicht gerne hier, naja, großartig andere Autos wegrempelt oder so. Äh, ich schaue hier schon immer, dass ich relativ ideal fahren kann. Es geht aber nicht immer. Sage ich, wie es ist. Es geht nicht immer. Ab und zu muss man da... Ja, ich bin doch schon vorbei. Oh Gott. Ja, das mache ich schon. Keine Sorge nicht. Ähm, ja. Ab und zu lässt sich das wirklich nicht vermeiden, dass man hier... Äh, andere Spieler, beziehungsweise die Gegner ein bisschen wegrempelt. Äh, ja. Da muss es dann auch sein, äh, da komme ich dann nicht drum rum. Und was ich an dem Spiel so geil finde, aua, aua, sind die Drifts, die man hinlegen kann. Es gibt nichts Schöneres. So, erstes Rennen, abgeschlossen. Die Begeisterung ist unglaublich. Du ahnst gar nicht, wie viele Kameras und Mikrofone auf dich gerichtet waren. Du hast heute wirklich ein Zeichen gesetzt. Ich bin Patrick Callaghan. Und denke über mein Angebot nach. Ich melde mich in ein paar Tagen wieder. Ich hab dir ja gesagt, dass das letzte Rennen Interesse wecken würde. Hast du schon von Patrick Callaghan gehört? Er ist der Grund, warum wir heute hier sind. Er hat so eine Idee von einer World Racing Series, die die Welt im Sturm erobern wird, wie er sagt. Das ist heute eine Art Testlauf. Also zeig ihm, was du kannst. So, ich möchte jetzt nur noch mal kurz gucken. Hat der, hat der vorhin das, ähm, Menü übernommen? Ja. Das ist, das ist komisch, ne? Okay. Ich dachte mir gerade wirklich, dass die Musik, äh, noch ein bisschen zu laut war und die Stimmen zu leise. Aber warte, warte mal. Ich mach einfach mal die Sprache ein bisschen lauter. So, dann dürfte das passen, ne? So, äh, warte geht's. Brauch ich eigentlich nicht, denn ich kenn sie schon. Also, okay. Okay, nach diesem breiten Bogen kommt eine echt giftige Linkskurve. Halt dich rechts und orientier dich an den Schildern, um deinen Bremspunkt richtig zu erwischen. Bau etwas Tempo ab und achte auf die Markierung, sonst schießt du über die Kurve hinaus. Na, wenn du das sagst, ne? Gut gemacht. Du hast den Bremspunkt sauber getroffen. Okay, jetzt geht's ans Driften. Bau Tempo auf. Tipp auf die Bremse und lenk hart in die nächste Kurve ein. Halt das Lenkrad eingeschlagen, bis das Heck ausbricht. Macht nichts. Am Renta kann immer mal was schief gehen. Schauen wir mal, wie es hätte laufen können. Such dir in der Wiederholung den perfekten Zeitpunkt aus, ab dem du weiterfahren möchtest und wähl die Rückblende. Und zwar genau ab hier. So, das ist hier, ich nenne es jetzt wirklich mal das Zurückspul-Item, ne? Item, Item sag ich schon. Der Zurückspul-Button. Mach dich bereit. In der nächsten Kurve will ich einen Drift sehen. Beim Driften geht es um. Das war wieder zu viel. Oh Gott, ich stelle mich aber auch heute wirklich an, ne? Das war ja wieder kein Drift nicht, ne? Die Karte ist aber auch furchtbar. Die nächsten Kurven nach der Brücke sind etwas enger. Scheu dich nicht kurz, das Gaspedal zu lupfen, wenn es nötig ist. Geht doch. Weiter so. Okay, jetzt mit Vollgas auf die Zielgerade. Ja, dann machen wir das. Gott, 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 Gott. Ja, ähm, das Zurückspulen können wir pro Rennen fünfmal machen. Ihr seht es, unten links ist ja die Karte. Also die Strecke. Und daneben ist ja hier... Ja, ist gut. Und daneben ist ja quasi dieses Kreiszeichen. Und da steht im Prinzip, wie oft ich noch zurückspulen kann. Boah, das war ein bisschen zu viel, ne? Da wollte ich wirklich ein bisschen zu viel. Ich muss da, ich muss da vorher auf die Bremse tippen. Ja, das Problem ist, ich habe ja, ich habe ja, sag ich mal, so testweise schon, ich denke, circa 25 Rennen gefahren. Und ich bin mittlerweile andere Autos gewohnt und nicht diese, diese extreme Heckschleuder hier. Schleifte werden nach Tempo, Winkel und Distanz bewertet. Geh heute voll an dein Limit. Oh Gott. Das Auto mag mich heute nicht. Ab in die Box, ne? Wenn es denn möglich ist. Sehr gute Kontrolle. Du nimmst hohes Tempo mit in den Drifts. Absichtliches abkürzen. Das ist nicht wahr. Das wollte ich nicht, ne? So, hier können wir eh nicht in die Box fahren. Wir können jetzt dann gleich mal beenden, ne? Denn noch eine Runde möchte ich ehrlich gesagt nicht fahren. Das war wirklich beeindruckend. So. Session beenden, bestätigen. Möchte hier nicht alleine auf der Strecke rumgurken. Ich beobachte die Rennszene seit einiger Zeit. Und mit deiner Leistung in Chicago hast du dir die Testfahrten auf dem Indianapolis Speedway verdient. Mein Plan sieht wie folgt aus. Ich möchte eine weltweite Rennserie ins Leben rufen. Die High-Speed-Racer aus den USA sollen in einem Wettbewerb gegen die Technik-Spezialisten aus Europa und die Drift-Könige aus Asien antreten. Und so den besten Fahrer der Welt ermitteln. Aber zuerst einmal müssen wir Interesse wecken. Und hier kommst du ins Spiel. Ich habe den Kontakt zu einigen der bekanntesten Racing-Clubs in den USA hergestellt. Wenn wir es schaffen, diese Clubs ins Boot zu holen, ihre Fahrer unter Vertrag zu nehmen und das Interesse ihrer Fans zu gewinnen, dann können wir eigene Events veranstalten. Ich brauche nur ein paar Informationen, damit meine Leute die Verträge aufsetzen können. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Lass es uns angehen. Okay, wollen wir das mal machen? So, ich werde mir im Prinzip das Profil anlegen. Ich hoffe, es geht. So, auswählen. Einmal zurück. Bestätigen. Alter. Ach, das ist ja schön. 21 bis 30. Da falle ich noch genauer rein, ne? So, weiter. Ähm, den Namen. Wo haben wir den S? So, hier. So, äh, RaceNet, äh, erweitert dein Grid 2 Elips, um jetzt dir deine Karriere in verschiedenen Codemaster-Titeln zu verfolgen. Äh, neues Konto erstellen? Ich akzeptiere jetzt mal. Benutzernamen eingeben. So, bestätigen. Oh, E-Mail-Adresse. Leute, ich werde hier mal einen ganz kurzen Cut machen. Und werde mal das Profil hier anlegen, ne? Bin gleich wieder für euch da. So, da bin ich auch schon wieder. Oh Gott, was man da nicht alles eintippen muss, das ist furchtbar, ne? So, äh, wir werden auf Normal spielen. Äh, den Schaden lassen wir vollständig. Es geht weiter. Äh, den New Union Race Club eingeladen, gegen seinen Top-Fahrer Harrison Carter anzutreten. Wenn du mit ihm mithalten kannst, weckt das sicher sein Interesse, bei uns mit einzusteigen. Äh, dann würde ich sagen, machen wir das doch gleich, ne? Bei Renn-Events musst du versuchen, vor deinen Konkurrenten ins Ziel zu kommen. Du musst dein ganzes fahrerisches Können einsetzen, um dich durch das Feld zu arbeiten und den Sieg zu holen. Ob ich denn fahrerisches Können habe? Wir werden sehen. So, ich muss leider mit meinem Ford Mustang weiterfahren. Ich hätte gerne neue Karte. Ja, meistverwendetes Karriere-Auto. Ähm, mag schon sein, dass das der Ford Mustang ist? Ich hab ja keinen, ne? Oder keinen anderen. Ich hab ja nur den einen. Meide die Felswände, Grasböschung und Gräben am Streckenrand, sonst riskierst du einen Überschlag. Carter hat heute viele Anhänger im Publikum. Sieh zu, dass du seine Fans für dich gewinnen kannst. Ja, das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Union ist einer der bekanntesten Racing-Clubs in den USA. Fahr in die Top 3, um auf dich aufmerksam zu machen. Wir wollen nicht nur in die Top 3, wir wollen auf den ersten Platz natürlich. Hier immer ein bisschen vorsichtig fahren. Hör auf! Hör auf! Geh weg! Das, das meine ich, ne? Den Gegnern... Den Gegnern ist das im Prinzip egal, ne? Ob dich die von der Straße drängen oder nicht. Die, die bleiben da einfach voll drauf. Das ist... Wow, wow, wow. Wow, musst du hier... Wow, ich hab mich jetzt so erschrocken, weil der in die Eisen gestiegen ist, ne? So, jetzt schieb ich den mal an. Wow, 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 wow. Kommt wieder runter oder raus aus dem Dreck. So, da hätten wir den ersten, auch wenn, wenn das jetzt wieder mit, ja, leichten Schäden verbunden war. Aber es soll mich, äh, nicht so wirklich stören. Denn wie gesagt, die Computergegner machen das auch. Ab und zu ist es nicht vermeidbar. Hab ich ja schon mal gesagt. Wow, wow, wow. Was man hier teilweise mit dem Gas spielen muss bei den Heckschleudern, das ist nicht schön. Der Zweitplatzierte lauert auf seine Chance. Ja, wo denn? Ich hab doch schon so einen schönen Vorsprung. Wow, 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 wow. Da ist das Ziel. Es kommt gleich. Yeah. Geht doch. Und sogar ohne größere Schäden, sag ich jetzt mal. Du hast dein erstes Rennen gewonnen. Klasse. Na, schön, nicht? So, ähm, da überspringe ich das Ganze. Da werden mir alle Leute aus der Freundesliste angezeigt, ob da vielleicht noch wer fährt. Äh, ja, ich werde das hier überspringen und dann passt das, ne? So, wir kriegen ein paar Fans dazu. So schnell, wenn da natürlich auf YouTube auch mit den Abonnenten gehen würde, ne? Okay, Stefan. Aber ich... Gut gemacht. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Mit deiner Leistung hast du einen weiteren Club auf dich aufmerksam gemacht. Die Transamerica Pacers. Du brauchst einen japanischen Wagen, um gegen sie anzutreten. Wähl einen von diesen beiden. Und ich überlege jetzt nur gerade. Ich glaube, ich werde mir mal den Nissan mitnehmen. Also den, den Silvia. So, ja, ich bin sicher. Ja, die Frage ist natürlich jetzt, was nehmen wir, ne? Ich werde das ganz einfach machen. Und zwar werde ich das so machen. So. Auswählen. Äh, nee, Moment. Ich muss ja hier auch fertig gehen. So. Ähm, eigene Lackierung anpassen. Farben. So. Glänzend, Metallic. Okay. Matt. Ne, das darf schon so sein. So. Dann hätte ich gerne die Karosseriefarbe. Soll. Perleffekt. Ach du Scheiße. Ich mach mir eine pinke Karre. Ach du Schande. Ich mach mir. Hm. Hm. So. Hm. Felgen, Felgen. Felgen geht nicht. Okay. So. Sponsoren. Felgen. äh, kann ich da nicht wieso kann man sich das eigentlich nicht gleich ansehen boah, gibt's hier viele so, zeigt mal das Auto oh ja, oh ja, so kann man das mal lassen so ein bisschen mit dem Auto spielen so, einmal zurück und wir fahren natürlich jetzt fertig ja, möchte ich ja, möchte ich Künstler, okay so, Fahrzeug wechseln so okay, den habe ich anscheinend auch schon was hätten wir naja, Moment, Moment was hätten wir da drin oh, ein Dodge Challenger auch nicht, ich muss da einfach mal so ein bisschen durchgucken das habe ich nämlich das letzte Mal noch nicht gemacht so, was hätten wir da noch drin ein Honda auch nicht schlecht so aber ähm wir nehmen uns das Auto, das wir jetzt im Prinzip neu bekommen haben das war ja glaube ich hier mit drin wählen den mal aus und den möchte ich auch ein bisschen umlackieren und möchte ihm andere Felgen draufziehen so äh eigene Lackierung anpassen Farben Karosserie Farbe soll bitte Perleffekt haben möchte ich in äh dunkelblau haben oder dunkelblau oder schwarz wäre auch nice, ne schwarz, okay zweite Lackfarbe soll dann etwas blau mit drin haben das hier okay so dann das Ding hier muss am besten grün lasst mal gucken ja 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 das passt glaube ich das passt genau zweite Lackfarbe soll dann ein bisschen heller sein jo so passt das so Farbe 3 beide rote Streifen kommen bleiben und da hätte ich gerne ein äh Giftgrün passt passt so ähm das hätten wir einmal zurück Felgen müssen natürlich auch noch andere mit ran warum haben wir denn sowas richtig fettes für die Karre lasst mal durchgucken was hätten wir denn hier so weißt du was wir ziehen mal die auf lassen uns das Fahrzeug anzeigen ja ja so kann man das lassen ich glaube so kann man das lassen sieht peppig aus das Ding so fertig ja auf dieses Fahrzeug anwenden ja ich bin mir sicher fertig fertig Vielen Dank.